So, das ist ein Buch wieder. Alles, was ihr verpasst habt, war, wie Yeliko sagt. Trifft mich am Marker. Er hat's nicht gesagt. So. Wir werden jetzt die Vorbereitung treffen. Jetzt müssen wir einen Halbleiter verkaufen. Noch ein paar Mad Kids holen. Wir brauchen Energieknotenkauf und müssen noch die Munition verkaufen. Jetzt brauchen wir eine Plasma-Katte. Wir brauchen von allen etwas. Okay, der Montal ist voll. Der Montal ist voll. Ich gehe im Kreis. Okay, ich hab kein Geld mehr. So, und die restlichen geht's mir jetzt einfach. Sieben Stück haben hier frei. Und die sieben Stück will ich jetzt auch benutzen. Ich brauch mir hier was Schnelles. So. Und so. Wir haben das Wichtigste immer am Impulsgeber voll. Kapazität nachladen und scharfen. Okay, wir haben jetzt auch 175 Schuss drin. Speichere ich jetzt noch mal. Speichern. So, ob wir eben noch die erste Aufnahme haben. Hört sich gut an, eigentlich. So, dann sage ich das mal aus. Es geht's los. Loft, 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 loft. Loft, 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 loft. Loft, 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 loft. Wo ist nicht stehen bleiben? Oh, da ist er verzauert. Ich kann sich diese Stelle mehr als alles andere öffnen. Nein. Nein! Ich glaube, das ist gerade noch gar nichts anderes übrig, sag ich. Ich hab gesagt, ich bin gerade noch. Nichts anderes übrig! Fettzack! Wuuuuh! Lauf! Ich schreibe es noch Lauf. Tschüss! Lauf! Lauf! Nein! Geh runter! Geh runter! Geh runter! Mach mich doch jetzt am Sack! Ey, ich komm da noch rein! Ah! Alter, geh weg, was ist hier los? Aber, mann, zu viel von diesen Spuckern, das kommt aber ab hier, nervt mich jetzt, nervt mich jetzt nicht, kommt noch neben, ey, oh, da kommt der Nächste, oh, 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 nein, 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 thee get this gun, John. Oh! Wenn es zu lange, wenn es zu lange auf destruktive Weise verhalten wird, hey. Wie sagte Tightman? Das sieht einfach nur ziemlich krank aus. Es wird Zeit, dir mein Ende zu setzen. Und dir! Komm her, mein Großer! Komm her! Ich tue dir auch nicht weh. Was ist da allein? Wo ist das? Wo gibt es nichts mehr? Den habe ich da, glaube ich, für immer eingesperrt. Los geht's Oh nein Ich lasse nicht zu, dass sie das alles wegwerfen Kommt davon Zeit, man Diese Die 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 Das Die Die Das War ja klar, dass ich uns killen will. Ich habe ihnen vertraut, ich treffe auf sie. Ich habe ihn mit dem Schrauben. Ich habe ihn mit dem Schrauben. Puh, das ist auch kein bloßes Brand. Verpisst dich Nicole. Dein Skinner, verpisst euch auch mal. Oh, haben wir es geschafft? Ich habe es geschafft, mein Gott. Ich habe es geschafft, mein Gott. Ich habe es geschafft, das war's mit Dead Space. War das Ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ich hätte auch noch eine. Ich koch euch da und hol sie. Schwingen Sie Ihren Arsch. Und weiter geht's. Ich muss nicht gegen irgendwo dran fliegen, das wäre jetzt scheiße für den Ende. Oh, das war knapp. Du ich darf, du ich darf. Ich versuch's ja! Die Yuka! Die Yuka! Die Yuka! Die Yuka! Die Yuka! Die Yuka! Was? Okay. Tja, das war's wohl mit Dead Space 2. War ein tolles Spiel, wünsche mir immer noch ein Remake davon. Aber ich werd nicht viel davon reden jetzt. Ich werd euch einfach die Credits genießen lassen. Und sah ihr, bis zum nächsten Projekt, auf diesem Kanal. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020